hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich biele heute br ranking und ich denke mal das ist das volles video damit ich wieder in deutschland viel spaß ok ich bin erstmals gerankt wenn ich so gut spiele ist es in meinem auge ich habe die ersten korn gut ausreden oder battle royale battle in style so ich habe so ein richtig gutes gefühl mache ich eigentlich immer noch dieses port war ich gleich hier nach also gleich in der nächsten runde gibt es ein neues port ich gehe erst mal zu der truhe da oben da ist gut wo ist das empfiegt jetzt nicht Und eine Tamas. Thomas möchte ich aber gleich wegschmeißen. Oh, ich lasse einfach das, was ich gerade gekriegt habe. Genau, wir machen mal so ganz einfach. Wir lassen einfach die Waffen, die ich so gekriegt habe. Oh, ich lasse einfach das. 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 Yippie. Da um ist der Kopf. Ich habe den Kopf. Oh, ich lasse einfach das. Oh, ich lasse einfach das. So. Haben wir alles. Munition könnte ich immer noch einsammeln. Mache ich auch, wenn ich es unterwegs sehe. Ansonsten. Sieht es doch ganz gut aus. Haben zwar nur Mittelstrecken. Gewehre. Obwohl ich habe gerade gesehen mit der. Kann man auch gut in der Ferne schießen. Sieht es doch ziemlich genau eigentlich. Die ist nur auf nahe Distanz. Distanz. Okay. Keine Probleme. Zack. Ich bin raus. Zahn Конечно. Ah, ich bin der Hm grantin. Unstoppable! 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 Rampage! Ich finde das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Da ist ne legendäre Truhe, ich lauf zu dein, aber erst sammle ich mir das hier ein. Sprühe voll. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Oh, wo schießt ich denn noch? Oh, wo schießt ihr? Oh, wo schießt ihr? Oh, wo schießt ihr? Oh, wo schießt ihr? Oh, ja. Schauen wir mal. Wo muss ich hin? Da hinten? Ah, bei... Oh, ja. Oh, ja. Das ist auch nicht schlecht. Ich rieche doch gar nicht hin. Wir probieren es einfach nur aus. Oh, so weit weg auch noch die Sicherheitszone. Das wird jetzt nur eingelaufen werden. Ich mache das wieder. Die Waffeln, die... Die Waffeln? Die Waffen, die ich erst einsammle, die behalte ich. Und... Ich muss halt so schauen, was das immer ist für eine Waffe. Ach, Schrott findet da ein D nicht. Das kann ich ruhig einsammeln. Das auch. Entweder kann ich nichts einsammeln. Doch, da war eine Granate dabei. Was haben wir hier? Eine MP40 war es, glaube ich. Ach ne. Die MX. Und ne Mal die. Zeugtorf. Typen. Robben. So, ich habe hier war ich ja schon. Das können wir überspringen. Ich habe auch schon gemeldet. Hmm. Die Wand kommt ziemlich schnell, also das alleinige Weglaufen werde ich wahrscheinlich nur mit Schaden überlegen. Oder mit dem Fahrzeug, aber ich sehe keines hier. Egal. Da wäre ein Fahrzeug. Ach, da müsste ich drehen. Ich werde es durchlaufen, schaffe ich es. Ich werde es durchlaufen. Oh Gott, das muss ich mitnehmen. Da ist doch ein Pilz. Auch noch mitnehmen. Ich bin sowieso in Sicherheitszone. Schön. Und die ist auch schon wieder weg. Da komme ich nicht rechtzeitig hin. Das werden wir nicht schaffen. Ne, ne, ne. Okay. Was für habe ich jetzt? Farmers. Ja. Nichts. Das war's für heute. Wenn ich Geld kann ich mir gar nicht kaufen, dann guck ich nach. Eine legendäre Kiste wäre doch cool. Go go go! Wo sind die ganzen Leute hin? Wo sind die ganzen Leute hin? Hm. In den Haus kann ich rein, dass es sicher in einer sicheren Zone drin ist. Wo sind die ganzen Leute hin? Wo sind die ganzen Leute hin? Ah, jetzt muss ich auch noch schwimmen. Wo sind die ganzen Leute hin? Wo sind die ganzen Leute hin? Wo sind die ganzen Leute hin? Ah, ich muss zu der Truhe. Da hinten läuft einer. Wo sind die ganzen Leute hin? Da hinten läuft. so double kill so we're not here Triple kill Quadra kill Nee. Schön. Und wieder voll. Oh, das war aber letztlich. Das geht. Schauen wir mal Punkte an. Da waren ja irgendwie ganz leichte Runden. Ja, da war, glaube ich, auch kein Spieler dabei. Also, ich komme näher an dem fünften Stern. Und dann muss ich noch mal den ganzen Balken durch. Das dauert noch mal einen Monat. Oh, ich müsste mehr spielen. Nee, nee, nee. Noch mehr geht nicht. Scharfschütze. Ah, nur Scharfschütze. Sechs Kills nur. Na gut. Jetzt sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Até mal oder eben. oder 헤ез strahlende Entange. Da 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 da.